Hallo, ich bin Deborah und mache die Lehre als Fachfrau Gesundheit im Alterszentrum Speicherrock-Will. Ich zeige dir jetzt, was ich in meinem Alltag so mache. Kommt doch mit! Meine Aufgaben als Pfage sind die Morgenpflege und auch medizinische Sachen, wie zum Beispiel Brutzuckermessen. Was mir hier besonders beim Speicher gefällt, ist, dass wir einmal im Monat eine Lernwerkstatt haben und so unsere Arbeit vertiefen können. In unserem Team haben wir so mega gut zusammen, egal ob jung oder alt. Und wir machen auch jährlich einen Lehrlingsausflug. Das Besondere an meinem Beruf finde ich, dass es jeden Tag anders ist und dass man mit einem Lächeln nach Hause geht, weil man das Gefühl hat, man hat etwas Gutes gemacht. Wenn du deine Lehre machen willst, dann musst du verständnisvoll sein, geduldig sein und ein Mensch sein, der gerne Menschen hält. Im Speicher haben wir verschiedene Benefize, wie zum Beispiel Jährleck, ein Halbtags-Abo oder wenn wir gute Noten schreiben, bekommen wir einen Bonus, wie zum Beispiel einen halben Tag Ferien und eine Vergünstigung für die Pflegung. Wenn du gerne mit Menschen zusammenarbeiten und einen abwechslungsreichen Alltag willst, kann ich dir deine Lehre sehr empfehlen. Wenn du jetzt Lust hast, bei uns die Lehre als Frage zu machen, dann bewirte dich doch beim Alterszentrum Spicherockwil. Wir freuen uns auf dich.